Und ich mache seit zwölf Jahren, meine Frau ist von Nepal, ihr Bruder ist Hersteller, die bekommen die Waren von dort, die Leute waren gut bezahlt, so haben alle was davon, der Hersteller, die Arbeiter, der Verkäufer. Und jetzt sind wir hier, wir sind gerne auf die Afrikatage oder generell auf Festivals, wo die bunten Sachen gefragt sind. Ja, hier vom Nepal-Shop. Schau ruhig hin. Schau zu mir. Ein paar ausprobende Oberteile für die Damen. Für die Damen jedes Alters in Wien. Sie sehen ganz solche Oberteile an. Die haben wir ganz gut verkauft letztes Jahr. Ja und auch ein paar Sagen verkauft, die sind auch ganz gut. Das war mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und diese stehen eine Falle, die Dämpra des Characters, zu sehen, es geht jetzt sogar um, also ein Problem für die Anwalt an. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020